Willkommen auf unserem Kanal. Bevor Sie mit dem Video fortfahren, vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um ihn zu unterstützen. 300 Millionen Euro Traumplan Bayern könnte vor einer der teuersten Vereinstransaktionen in seiner Geschichte stehen. Die großartige Idee, Jamal Musiala und Florian Wirz zusammen in der Allianz Arena spielen zu sehen, könnte jedoch eine erhebliche finanzielle Belastung für den Klub mit sich bringen. Laut einem Bericht von BILD wird für die Realisierung dieses Projekts ein Gesamtpaket von etwa 300 Millionen Euro benötigt. Diese Summe setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Einerseits müsste Bayern eine Transfergebühr von etwa 150 Millionen Euro für Florian Wirz aufbringen. Andererseits müsste für beide Spieler ein jährliches Gehalt von jeweils 15 Millionen Euro eingeplant werden. Bayern versucht derzeit, Musialas Vertrag zu verlängern, was zu einem erheblichen Anstieg seines aktuellen Gehalts führen würde. Ein fünfjähriger Vertrag für beide Stars würde voraussichtlich weitere 150 Millionen Euro kosten. Damit die Rekordmeister das Paket für Musiala und Wirz stemmen können, könnten zunächst Spielerabgänge erforderlich sein. Mit dem Ende der Karrieren von Manuel Neuer und Thomas Müller könnten zwei hochbezahlte Spieler Platz schaffen. Der Klub möchte außerdem Leon Goretzka verkaufen, der jährlich rund 17 Millionen Euro einbringt. Verlängerung mit Sané. Ändert Bayern seine Pläne? Leroy Sanés Vertrag läuft im Sommer 2025 aus. Nach einer Leistenoperation liegt der Fokus nun auf seiner Rückkehr auf den Platz. Bayern München ist sich der Bedeutung des 28-jährigen Spielers bewusst, aber Diskussionen über seine Zukunft werden erst in den kommenden Monaten geführt. Sané geht in das letzte Jahr seines Vertrages. Und laut Eberl wird seine Zukunft in den kommenden Monaten in Ruhe besprochen. In den letzten Monaten gab es Gerüchte über einen möglichen Verkauf des Flügelspielers, aber es scheint, dass die Bayern-Verantwortlichen keine konkreten Pläne in dieser Richtung haben. Laut Sportbild konzentriert sich Sané ebenfalls auf seine Rückkehr und möchte erst dann über eine Vertragsverlängerung nachdenken, wenn die Bayern-Verantwortlichen dies vollständig verstehen. Vincent Kompany plant, mit Sané zu arbeiten. Der neue Trainer von Bayern, der Sané aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Manchester City gut kennt, möchte ihn als Schlüsselspieler im Angriffssystem einsetzen. Besonders wichtig soll die Flexibilität des Flügelspielers sein. Wann Sané jedoch zurückkehren wird, ist noch unbekannt. Der Spieler betont, dass er sich fit fühlt, aber kein Risiko eingehen möchte.